Ja, jetzt gucken wir mal was jetzt kommt. Torino's Last Flight, halt, 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 muss ich etwa auch fliegen? Ja, das klingt fast so, als würde ich einen fliegenden Helikopter verfolgen müssen. Das ist ohne meinen Raketenwerfer, den ich eben noch hatte, ziemlich schwer, glaube ich. Aber vielleicht kommt das ja auch anders. Ich fasse aus meinem geklauten Wagen, da hätte ich wieder rausgeschmissen worden. Okay. Wtf? Okay. Ich gehe mit einem Scharfschützen her. Ja, super. Okay, jetzt bin ich 60, okay. Oh, komm, warum springt der denn nicht? Ach, Mann, ey. Oh, Gott, ja, komm dann. Es ist zum Kotzen. Ja, du hört, du hört. So, Torino's Last Flight, komm, weg, 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 weg. Ach, das ist einfach nur ein Scheiß am Ruf. Karl, das ist Woozie, ich habe ein paar Informationen für dich. Hey, Woozie, was ist das Business? Mein Mann hat das Van gefunden, den du sahst. Bei der Helikopter in der Stadt. Und Torino? Ja, das nächste könnte ich auch nehmen. Okay. Okay, das heißt, ich muss die ersten Mipsen ausschieben. Hollaback. Lady, darf ich bitten zum Tanz? Eine Runde. Eine Runde. Oh, oh, oh. Hey, come on. Das muss ja so ein Stern los werden. Da sind sie ja schon. Laut. So, if you doing well out there, you may remember a little band called Crystal Ship, and you may remember a devisly handsome lead singer, who got all the sticks. Now I'm on the radio, I love the arena and of it. They keep in spirit of Rock the Rival. Hey, come on, oh. Oh, shit. Ich weiß nicht, wie miserabel sie sind. Ich kann nicht mehr sagen. Du bist sehr miserabel. Geh weg, bitte. Geht nicht weg, der Stern? Oder... Wow, was war das? Geh mal diese Straße doch hoch. Oh, der Stern ist weg. Ja. Jetzt fahr ich die Straße hoch. Ist das nicht auch ein Haus, das man kaufen konnte? Ja, da. Ha! Richtig. Okay, beim ersten Schuss ist die Polizei eh wieder hinter mir her. Aber egal. Das hat es eindeutig gebracht. So, wie muss ich denn da ran? Oh, wie kann ich da ran? Guck mal, diesen... gar nicht mehr da jetzt. So... Ja... So, ich hoffe, Zeit muss sein. Eins... Ah, jetzt geht's. Okay. Mal schauen. Uh, da lag ich ja schon ganz richtig mit dem Heli-Verfolgung. Aber... es gibt sogar einen... einen schönen, schönen... Raketenöpfe dazu. Kann ich doch mal gucken. Wenn ich das nicht schaffe... Ich vergesse, wie viel Vorsprung brauche ich, um mich zu platzieren. Komm. Oh, die Kamera, ey. Ganz hinten ist er. Hm. Schwierig. Eie, ey. What the fuck? Yes. Torsten... Troppen... Wieso? Herrschön. Einmal wieder speichern. Ach, ehrlich. Was heißt hier speichern, ich muss erstmal wieder... ...erstmal muss ich... Boah, das ist aber auch ätzend, dass nur da eine... ...eine einzige Stellige von den Rufen kaufen kann. Schein, Schein! Oh oh, ich fahre jetzt raus aus der Stadt, ne? Ne, kommen wir ja gleich nochmal rechts. So, sehr gut. Danke. Habe er wahrscheinlich nicht gesehen, ne? Das ist ja der blöde Arsch. Er sitzt am Steuern. Ah, ist ein... Ola! Minenarbeiter. So, eine neue Rüstung. Danke. Danke. So, und raus hier. Genau, das ist meine Rede. Da kann man eigentlich auch mit Raketenwerfen trainieren, das wäre total ulkig. Und dann jetzt hier mal wieder zum Clucking Bell. Ein Happy Happy Fressi Fressi machen. Das war klar. Danke, du Vollidiot, der auf seine richtigen Straße fährt. Vielen, vielen Dank. Ja, hallo, hallo, ich bin da. So, hier ein bisschen Salat. So, und tschüss. Ist mein Moped noch? Ja, das liegt noch da. Wunderbar. So, jetzt kann ich auch zum Speicherort fahren. Wenn es nicht mehr gibt. Scheiße. Hm. Gucke ich doch mal beim Z vorbei. Ob man da jetzt was machen kann. Ich hab gar keine Lust mich ins Meer zu setzen und da atmen zu trainieren. Was soll das? Ich speichere trotzdem noch. Äh, nein. Äh. So, hier hab ich jetzt auf jeden Fall alle. Hab ich alle? Alle? Alle ausgeschaltet. Das ist doch schon mal gut. Muss ich das ernsthaft kaufen? Echt? Oh, yeah. Genau. Gimme a call. Ah. Ah. Was ist das denn für eine Föderwaffe von hinten vielleicht? Guck ich da irgendwie rein? Ich will das nicht kaufen. Für so ein paar Aufträge. Ja. Das hier war wohl, ne? Das hier war wohl, ne? Yeah. Zero RC. Property Ball. Boah. Und jetzt kann ich auch da rein. Toll. Hm. Gibt's gar keine Aufträge oder was? Hä? Hm. Hallo? Carl? It's Zero. Oh, hi Z. You wasn't around when I signed the deeds? Yes I know. I was on a dangerous reconnaissance mission. Deep into enemy territory. Uh. Yeah. Right. Sure. Whatever you say. I should come through and have a look at the business. You know? Oh. Of course. Of course. I'll have to tidy up a bit. This place is such a mess. Don't worry about it. I'll drop in soon. Oh. Jetzt sind die. Mission unverfügbar. Air Raid. Hey, what up Z? Nothing is up Carl. Apart from my blood pressure. And the imminent collapse of my hopes and dreams. Wow. As usual the forces of darkness have triumphed over good. Life is nothing but misery. Briefly interspersed with agony. Homie, what you own? Whatever it is, you need to reduce the doses. Oh. Excuse me. But I never take drugs. We all know drugs are for losers and or sex maniacs. And right now sex is the last thing on my mind. Thank God for that. Berkeley is back. Oh. Berkeley. Who the fuck is Berkeley? Just a man I once beat in fair competition. A man literally obsessed with revenge. Oh. You put hands on him? No. Please. I never initiate violence. Oh. I know. You knocked his bitch. Uh. No. No. I won the prize in the science fair. First prize, that is. And now he wanna pop you? No. And they say gang bangers is petty and small minded. I hope so. Droid. Right. What's that believe in Sam? That's him. We shall fight to the end! Droid. Oh. Eh. Oka. Let's get low. Ohhhh Nein! Wow. Drei Minuten, diese Kackdinger abschießen. Geil. Haha, sind ein paar Mogen. Von Geschwader her. Der Rote Baron persönlich fliegt hier einen Angriff. Einen minutischen überstanden wird. Oh Gott. Wer steuert die alle, ne? Oder sind die alle programmiert? Wahoo. Die Mission kann man glaube ich auch noch verlieren, wenn man den abschießt, oder? Da seht ihr noch was spannendes. Über 50 Sekunden kommt es nur ein Dreierangriff, Viererangriff. Und jetzt wieder von vorne los. Geil, kann man von so einem Ding erschlagen werden. Das könnte mir natürlich noch passieren, ne? So. Der steht in unserem Feuerlöscher und bereit, sich auf die Flammen zu stürzen. Hm. Ich bin doch sehr interessant. So. Entschlag. Ah. 3000. Pro Minute. 1000. Das ist okay. Vorbei, da hatte ich eben schon bessere Deals, ne? Supply Alliance. Hey Zee, wo warst du? Geh weg, Karl. Ich bin sehr, sehr beschäftigt hier. Top secret. Nicht für deine Augen. Zu sensitiv. Komm mal, Homie. Wo bist du? Ich sagte, geh weg, Karl. Ich brauche heute keine Freunde. Danke. Hahaha. Die Nibs sind ziemlich starker Drone. Karl. Ja, mein Heroin. Karl. Karl. Er kam zurück und mich verletzt. Ich werde wahrscheinlich auf die Prostitution sein. Ich bin ein 28-jähriger Mann. Ich bin ein 28-jähriger Mann. Ich bin ein 30-jähriger Mann. Das war richtig. Das war richtig auf meine Kräfte. Berkley hat den Sycophantik Lackey zu all his Deliveries. Aber wir werden ihn dort woher es am meisten lohnt. Bring his mail-order model business to his knees. 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 Was? Okay. Hä? Kann ich denn hoch fliegen? Hä? Komm mit der Maus. Was? Ach du Scheiße. Soll der kacken Mausstreit. Ach komm. Oh, das ist kacke. Ich kann das gar nicht fliegen. Geht halt nicht ab, wenn ich will. Pfeife aus, ey. Kann ich abheben. Ich brauche mal ein klein bisschen Auslauf hier bitte. Das ist ein Po. Kann ich ihn feintasten vielleicht? Ah, die Zeit ist nicht los. Ah, das sieht doch schon besser aus. Okay. Mal schauen. Wir sind, ob ich sie noch kriege. Das ist ja gerade so ein kackdienes Auto. Die Panik ab. Dreh und dreh ziehen. Glück, dass da der Nütze ist. Okay, okay, okay. Das sieht gut aus. Das ist schon lustig. Und dann fliegen kann. Baseball! Kinder, wo seid ihr? Oh Gott, ich weiß, wo die Sinnenflätze sind. Das ist schon so groß. Hm. Ach, ja, da muss ein bisschen schneller kommen. Teile. Ja. Momoo. Da. Ja, was soll ich, was soll ich denn tun? Oh, da steckt mich so fest. Macht mir nix. Ich schmuss in den Rosen. Ja, was soll ich denn tun? Ja, was soll ich denn da? Ja, ich hab doch... Ich kann mal ein Weites gucken, oder? Ey, ich steig mal so hoch. Ich bin ja auch noch wieder zurück, oder was? Oh, ist das allgemein. Ah, schön. Ich steh jetzt mal runter. Ich steh jetzt mal. Das war's für heute. Schön piep, ja. Hurry up, hurry up. We can't hurry up because this flight is too slow. You know that ozone smell, smells like victory. Lass mich fliegeeeeen. Ah! So close. Ich muss einfach nochmal speichern, damit ich da eine Nummer machen muss. Und zwar einfach und lustig, aber auch etwas nervig. Irgendwie eigentlich. Okay.